Ich habe Pizzeria Bella Pistazie. Wollt du nur sagen, Pizza kommt etwas später? Nein, ich habe keine gestellten. Sie hatten bestellt drei Mal Pizza Camorra mit Schinken Salami, Nein, das habe ich nicht bestellt. Sie sind falsch verbunden. Ist das richtig? Sie sind falsch verbunden. Ich habe keine Pizza bestellt. Nein. Nein, ich heisse Rudolf. Sind Sie noch dran? Ich heisse Rudolf und ich habe keine Pizza bestellt. Das ist sehr schade. Aber was hatten Sie bestellt für Pizza Margherita? Keine. Sie hatten überhaupt nicht bestellt. Nein, ich habe nicht bestellt. Gut, vielen Dank und Arrivederci. Adieu.